. . . . . . . . . Wir alle wollten die Bundesliga. . 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 In den 70er-Jahren wurde der beste Fußball in Deutschland gespielt. . 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 Für eine Traumzeit muss ich halt ganz einfach sagen. Die Schale! Das war Gänsehaut pur. Fakt ist, heute laufen die Fußballmannschaften mehr und in einem höheren Tempo. Die Bundesliga ist einzigartig.